Das übliche ist ja das normale Vitamin C-Pulver zur Apotheke. Das wird auch manchmal in Tabletten gepresst oder als Granulat, als Brausepulver verabreicht. Das ist ja die herkömmliche Ascorbinsäure. Nun gibt es ja auch Vitamin C als Esterform. Wo ist da der Unterschied? Wer sollte das vielleicht nehmen? Das Ester C ist kein Ester. Das mal kurz vorneweg. Das meint ein Herstellungsverfahren, was entwickelt worden ist 1989 von Herrn Professor Berlangieri in New York, einem Kalionomen. Ester C enthält Abbauprodukte aus dem Vitamin C-Stoffwechsel, vor allen Dingen das Trionat und steigert dadurch die zillere Verwertung von Vitamin C. Ich würde immer bevorzugen Ester C vor anderen Vitamin C-Formen, weil es besser vertragen wird, weniger Magen-Darm-Störungen macht und oft auch verbunden wird mit Bio-Flauroiden. Mein Favorit wäre eigentlich bei der Einwahl von Vitamin C immer als Ester C. Da muss man aber darauf achten, weil viele Produkte nennen sich Ester C, enthalten aber nicht die Abbauprodukte aus dem Vitamin C-Stoffwechsel. Beispiel. Die amerikanischen Firmen haben echtes Ester C. Nicht alles, was wir haben in Deutschland, ist Ester C. Ester C wird sehr gut vertragen, macht weniger Nierensteine und verbessert die zellulare Verwertung von Vitamin C. Ich habe auch häufiger mal gesehen, dass Magnesium oder Calcium-Ascorbat angeboten wird. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist meistens in Verbindung mit den Abbauprodukten aus dem Vitamin C-Stoffwechsel. Der Trionat beispielsweise kann mitkombiniert sein mit Magnesium oder Calcium oder Natrium-Ascorbat. Das ist sinnvoll. Aber immer würde ich darauf achten, als erstes auf den Aspekt Ester C. Und zwar echtes Ester C. Das heißt, dass beim Herstellungsprozess Abbauprodukte entstehen aus dem Vitamin C-Stoffwechsel, welche die Verwertbarkeit des Vitamin Cs in der Zelle verbessern. Und das Ester C, das Sie im Original haben, eigentlich die ganzen amerikanischen Firmen. Also ein Magnesium oder Calcium-Ascorbat kann ein Ester sein, muss es aber nicht unbedingt sein. Ist das richtig? Okay. Dann kommen wir jetzt noch zum natürlichen Vitamin C. Viele meiner Patienten bevorzugen nicht das Vitamin C aus irgendeiner Chemie-Retorte, sondern sagen, ich will das Natürliche, zum Beispiel aus der Azzarola-Kirsche. Da sehe ich dann, das ist häufig 10 oder 20 Mal so teuer. Ist das denn auch besser? Oder was soll man diesen Patienten dann raten? Man kann nicht sagen, es ist besser. Aber generell ist es so, 1937 hat man einen Nobelpreis verliehen dafür an den Herrn Schent-Görgi, dass er gezeigt hat, man kann Scorbut besser behandeln, wenn man Vitamin C kombiniert mit Bioflavonoiden. Insofern wäre das Azzarola zu begrüßen, weil sie haben in der Azzarola immer auch die sekundären Pflanzenstoffe drin, die die Vitamin C-Versorgung verbessern. Aber der Preis ist meiner Meinung nach ein bisschen überzogen. Und man sollte eher darauf achten, auf Ester-C, weil auch im Ester-C sind die sekundären Pflanzenstoffe, wie in der Azzarola, und da ist hervorzuheben vor allen Dingen ein sekundärer Pflanzenstoff, das Quercetin, was ein sehr starkes Antioxidant ist und auch die mitochondriale Biogenese anregt. Ich habe mich in letzter Zeit Patienten auch mal nach dem liposomalen Vitamin C gefragt. Das kann ich mir jetzt bei der Hormontherapie sehr gut vorstellen. Also wenn ich Hormone, naturidentische Hormone auf die Haut aufbringe und habe das in einer liposomalen Form, dass das möglicherweise über die Haut transbettermal besser resorbiert wird, kann ich mir vorstellen. Aber Vitamin C ist ja wasserlöslich. Was bedeutet denn da eine liposomale Form? Also erstmal macht das gar keinen Sinn, weil die Blutspiegel, die man erzielt durch solches Vitamin C, sind maximal zu sehen im Bereich von 400 bis 450 Mikromol pro Liter. Normales Vitamin C erreicht Blutspiegel von 240 Mikromol pro Liter. Und ausreichend für die Immunkompetenz sind etwa 70 Mikromol pro Liter. Und die Kosten, die anfallen in Bezug auf das liposomale Vitamin C, stehen nicht in Relation mit ihrer Wirksamkeit. Und ich würde generell immer empfehlen, man sollte normales Vitamin C ergänzen oder sich vor allen Dingen sehr Vitamin C reich ernähren. Das liposomale Vitamin C hat keine großartigen Vorurteile meines Wissens in Bezug auf die Blutspiegel und die Effekte auf den Stoffwechsel. Okay, danke für diese wertvolle Information. Du hast ja schon mehrfach die Blutspiegel erwähnt und wie hoch die sein sollten. Macht es denn für den Normalbürger nun Sinn, denn auch den Vitamin C-Spiegel regelmäßig zu messen? Wie wäre das beim Vitamin D etwa gerne haben? Beim Vitamin D natürlich macht es Sinn, aber beim Vitamin C nicht. Man sollte sich nur ungefähr merken, für ein normales schlagkräftiges Immunsystem reicht aus, den Verzehr von 5 Portionen Obst und Gemüse oder 200 Milligramm Vitamin C. Und für eine normale Gefäßfunktion und den Gefäßschutz des Endothels bei Maklerdegenerationen, bei Diabetes mellitus, bei Bluthochdruck reicht aus eine Menge von 500 bis 1000 Milligramm Vitamin C, welche Blutspiegel erzielt von über 90 Mikromol pro Liter. Und die anderen Aspekte haben wir gerade angesprochen im Bereich der parenteralen Applikationen in der Onkologie oder in der Therapie von Erkältungskrankheiten. Also es macht keinen Sinn, es zu messen. Das steht in keiner Relation. Man sollte es ergänzen, entweder aus dem Obst, Gemüse. Und wenn man Kapseln einnimmt oder Tabletten, reichen teilweise Mengen aus von 500 bis 1000 Milligramm Vitamin C. Für die Therapeuten nochmal unter den Zuschauern, die Vitamin C-Messung ist sehr aufwendig. Man kann das nicht mit den normalen Bluträuchen machen, man braucht das Spezialräuchen dazu. Ich schlage es meinen Patienten auch nicht vor. Ich habe das zwei- oder dreimal gemacht, wenn Patienten wirklich darauf bestanden haben. Sie wollen es unbedingt haben. Ansonsten sehe ich es wie du. Ich rate davon ab. Ganz einfach mit der Maßgabe. Ich will ja gar nicht den normalen Vitamin C-Blutspiegel erreichen, der von den Laboren angegeben wird. Da sind ja die meisten drin. Und ob jemand an der unteren Norm ist oder an der mittleren oder an der oberen, interessiert mich ja gar nicht. Wenn ich eine Vitamin C-Therapie machen will bei Rheuma oder bei Infekten oder bei Krebs, dann will ich ja gar nicht in den Normbereich kommen, sondern ich will ja mit dem Vitamin C quasi pharmakologische Wirkung haben, weit oberhalb des Normbereichs. Ganz anders als beim Vitamin D. Darum machen eben Messungen von Selen oder Vitamin D unbedingt Sinn. Aber Messungen von Vitamin E oder Vitamin C machen nicht so viel Sinn, weil ich da eben in der Pharmakologie sozusagen drin bin. Also das sehe ich ganz genauso. Und vielleicht können wir da in dem Bezug noch mal auf die Folien eben zurückgreifen. Und zwar bei dem Thema Krebs. Nächste Folie. Eine Folie weiter. Und zwar die Folie 12. Da ist quasi aufgeführt ein Dosierungsschema von mir in der Onkologie, was teilweise reicht bis auf 150 Gramm Vitamin C pro Infusion. Aber bei solchen Infusionen, auch bei 15 Gramm Vitamin C Infusionen, sollte man in jedem Fall immer einen genetischen Faktor messen und den ausschließen, der dazu beitragen kann, dass eine Hämolyse auftritt und zwar den Glucose-6-Sosphat-Dybulasemangel. Der sollte den meisten Therapeuten bekannt sein und den kann man bei jedem Hausarztlabor messen lassen für ungefähr 10 Euro. Und zwar die Folie 2-1-2-2-2-2-3-2-3-2-4-1-3-1-4-4-2-3-1-3-4-3-2-4-4-2-4-2-4-4-4-2-4-4-5-4-5-6-5-6-5-6-5-6-6-5-6-6-6-6-6-7-5-6-6-6-6.